Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, ja das hat sich Etienne Klein wahrscheinlich anders vorgestellt, Forschungsdirektor seines Zeichens, hat er ein Bild gepostet, nämlich das hier und hat dazu geschrieben, das ist Proxima Centauri mit dem James Webb Teleskop aufgenommen. Jetzt wenn man sich das anschaut, Entschuldigung, also wenn man sich das anschaut, ist klar, dass das der Witz mit der Wurstscheibe ist, den gibt es nämlich schon länger, also gibt es auch mit Pfannkuchen und mit allen möglichen anderen Lebensmitteln, die scheibenförmig sind, wo dann gesagt wird, das ist ein Stern oder irgendwas, also das ist eigentlich ein Karlauer, der ist schon so alt, also ich weiß nicht, dass sich überhaupt irgendjemand drüber aufregen kann, aber ja, das geht tatsächlich. Also unsere Wurstscheibe hier hat dann dementsprechend einen Shitstorm ausgelöst, einen Shitstorm von einem, ja, gebe ich zu, vielleicht einen ganz optimalen Witz, das ist ja meistens so, wenn du dann irgendwann mal ein bisschen zu viel hast, in der Kneipe und dann geht es halt los mit den Witzen und die werden natürlich immer schlechter, je mehr Alkohol fließt. Etienne Klein war aber mehr oder weniger nicht alkoholisiert, gehe ich mal davon aus, und der eigentliche Hintergedanke war, zu sagen, hey, wenn du die ganzen Fotos jetzt siehst, bleib immer ein bisschen wachsam und guck dir das ein bisschen genauer an, ob das tatsächlich auch wirklich dann vom James-Web-Teleskop ist und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, ja, ein unbeholfener Versuch darauf hinzuweisen, dass nicht alles, was man sieht, auch das ist, was es wirklich gibt. Aber es haben natürlich viele jetzt nicht verstanden, schreibt er dann, angesichts einiger Kommentare, sehe ich mich gezwungen, klarzustellen, dass dieser Tweet, der einen angeblichen Abschluss von Proxima Zitalia, die Form der Belustigung war. Also es war ein Witz, aber Witze verstehen tut heute keiner mehr. Also egal, was du machst, es kommt immer einer und versteht ihn nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ironie und Sarkasmus, ja, manche verstehen das ja auch wirklich nicht. Aber, ja, kommt halt sowas dabei. Lassen Sie uns lernen, gegenüber Argumenten von Autoritäten ebenso vorsichtig zu sein wie gegenüber der spontanen Beretsamkeit bestimmter Bilder. Das heißt also, nicht alles, was dir gesagt wird, ist wahr. Nein, das ist der Hintergrund. Es sind die, die sich da beschweren, wie zum Beispiel hier, zu glauben, dass sie nicht viel Arbeit haben, Herr Klein, um diese Art von Schulhoff-Kinderei zu erreichen. Also das ist jetzt Übersetzung von Französisch ins Deutsche. Nicht wundern. Also hier beschwert sich der Tom. Ja, hast du keine Arbeit, wieso hast du so viel Zeit, dass du da so einen komischen Tweet raushaust? Naja, Tom, ich könnte dich jetzt auch fragen, warum hast du so viel Zeit darauf, überhaupt zu reagieren? Und warum reagierst du überhaupt drauf? Ja, ist doch vollkommen wurscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, man muss sich ja wirklich nicht mit allem beschäftigen. Und dass das jetzt nicht so optimal ist, was er da gemacht hat. Ja, gut, okay. Aber wie gesagt, ich habe den Tweet gesehen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, weil ich da so ein paar Programme laufen habe, die mir sofort anzeigen, wenn irgendwas zu einem bestimmten Thema gepostet wird. Und dann habe ich den Tweet gesehen und habe das dann gesehen und habe gesagt, oh mein Gott, der Witz mit der Wurstscheibe. Er ist schon so alt. Den gibt es auch mit Pfannkuchen, wie gesagt. Und mit allem möglichen. Also Pfannkuchen auf der Windschutzscheibe, oh Nibiru. Ich kann mich noch daran erinnern. Also da haben sie dann auch etliche einen Witz erlaubt. Und ja, ich lache über sowas und denke mir, ja gut, es ist jetzt nicht meine Art von Humor, muss ich auch sagen. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee. Naja, ich weiß nicht, vielleicht ja doch. Es kommt immer so auf die Tagesstimmung an, ob man dann eine Wurstscheibe irgendwie freistellt und dann irgendwann als Bild postet. Aber das kann natürlich auch sein, dass jetzt viele auf die Idee kommen, sowas zu machen. Also könnt ihr ja mal gucken bei Twitter und so weiter und so fort. Also was sagt uns das? Das sagt uns, dass Social Media im Grunde genommen eine ganz schlechte Idee ist. Und es ist auch eine schlechte Idee, sich Witze dort zu erlauben. Weil egal, was du machst, es kommt also ein bestimmter Prozentsatz. Ich denke mir, es dürften so 10% der Nutzer sein, so aus meiner Erfahrung raus. Die regen sich über alles auf. Weil da kannst du machen, was du willst. Da gibt es immer irgendeine Meinung oder eine Kritik oder was auch immer. Jetzt ist Kritik ja immer so ein Thema. Kritik in einer Art und Weise formuliert, die auch nachvollziehbar ist. Wenn jetzt hier unten zum Beispiel der Tom nicht einfach nur so einen Satz raushaut. Also wie zum Beispiel, das hat ja nichts zu tun. Und dann Daumen runter und so weiter. Wenn er schreiben würde, naja, meine Art von Humor ist es nicht. Und ich denke, das wird wohl auch bei anderen so sein. Vielleicht könnte man das ja auch ein bisschen anders formulieren am Anfang. Aber okay, ich verstehe, dass du das gemacht hast. Also meins ist jetzt nicht. Genau, das ist es nämlich. Es ist eine subjektive Empfindung bezüglich dieser Wurstscheibe. Aus wissenschaftlicher Sicht natürlich ein Käse, das ist schon klar. Aber aus der subjektiven Sicht heraus ist eine Kritik immer ein Problem. Weil du ja sowieso immer nur emotional dann argumentierst. Du regst dich über die Wurstscheibe. Ja, da hat nichts zu arbeiten. Ja, mei, wer hat da halt nichts zu arbeiten. Ist mir doch egal, was der Etienne den ganzen Tag macht. Der kann ja auch von mir aus in den Urlaub fahren oder sonst was machen. Und dann postet der aus dem Urlaub eine Wurstscheibe. Ja. Also, sorry. Es geht keinem Menschen was an, was der macht oder was er nicht macht. Sein Ding. Und wenn er einen Chef hat, der wird ihm dann schon sagen, ey, machst du überhaupt irgendwas aus den Wurstscheiben? Also, das, wisst ihr, man hat nicht immer das Recht, einen anderen darauf hinzuweisen, was er tun soll. Das ist jedem selber überlassen. Aber gut, okay. Wie gesagt, das ist so ein ganz schwieriges Thema. Aufmerksam oder besser, das Video, das mache ich jetzt eigentlich nur aus einem Grund, weil das Thema nämlich jetzt mittlerweile nicht nur, also das hat jetzt eine gewisse Bekanntheit erreicht. Das ist jetzt nicht der Überknüller, dass man sagt, wow, die Welt geht runter, sondern ja, aber es hat jetzt auch in die Medien, es hat es in die Medien geschafft. Auch in die deutschen Medien. Das gucken wir uns jetzt mal an, was so ein Tweet über irgendetwas komplett Belangloses auslösen kann. So, meine Lieben, und nun gucken wir uns exemplarisch einen Artikel an, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und einerseits muss ich sagen, der Tweet zeigt uns eigentlich auch, dass Menschen, die sich jetzt zum Beispiel so ein Foto anschauen, eben nicht geschult sind in der Bewertung eines Fotos. Das heißt also, für mich, der sich mit diesem Thema ja sehr intensiv beschäftigt, ist klar, das ist kein Stern, sondern das ist wahrscheinlich eine Wurst. Das sieht man ja auch an den Reflexionen hier, dass hier fotografiert wurde und man hätte es auch noch nachbearbeiten können mit Photoshop, dann wäre das Ganze noch viel besser gewesen. Aber man sieht es an den Reflexionen hier, dass die Oberfläche, die Oberflächenstruktur dieses Etwas hier, nicht der Oberflächenstruktur eines Sterns entspricht, weil er hier die Reflexion nicht hätte. Logisch, Stern reflektiert jetzt nicht unbedingt so stark. Aber gut, sei es drum, das Interessante ist hier unten, während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild behunderten. Ja, und das ist genau das, was Etienne zeigen wollte. Ein nicht geschultes Auge nimmt das Ding so, wie es ist und sagt, das ist ein Stern. Das ist die Intention gewesen. Dass man also quasi auch eine Scheibe Wurst als Stern verkaufen kann. Das ist der eigentliche Hintergrund des Tweets. Und das haben viele nicht verstanden, was er damit eigentlich sagen will. Das heißt also, früher war es so, um es mal so auszudrücken, da wurden solche Fotos hauptsächlich zwischen Wissenschaftlern diskutiert. Also nicht die von der Wurst, sondern das, was man da draußen so fotografieren kann. Und da war ja klar, dass die Leute, die sich jetzt zum Beispiel Aufnahmen von Teleskop und so weiter anschauen, ein geschultes Auge haben und schon sehen können, ist das jetzt ein Fehler, ist das eine Fehlinterpretation, also zum Beispiel bei erdgestützten Teleskopen atmosphärische Störungen, ist das, was wir da haben, wirklich das, was wir jetzt auch haben wollten und entspricht das dem, was wirklich existiert. So, wenn Sie Wissenschaftler untereinander unterhalten, da käme jetzt keiner auf die Idee, dass es eine Wurstenstern ist. So, jetzt haben wir aber durch die breiten Wirksamkeit der Wissenschaft das Thema, dass sehr viele Menschen jetzt zum Beispiel diesen Tweet sehen und eben keine Ahnung haben, wie man solche Bilder interpretiert. Also zum Beispiel bezüglich der Reflektionen auf der Oberfläche eines solchen Objektes, dass man dann sagt, ja, netter Witz, aber halt irgendwie auch nicht so gut. Und da hat er recht, der Etienne. Er hat recht, wenn er das macht. Weil man sieht ja, was dabei rauskommt. Und er hat damit eigentlich nur eins bewiesen, dass die Interpretation von Fotos schwierig ist für Laien. Und dass man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas verbreitet, das haben wir ja gestern gehabt, zum Beispiel bei dem Foto von dem angeblichen UFO oder von dieser seltsamen Sphäre, da sieht man, was das für Auswirkungen hat. Und da er auch Wissenschaftsphilosoph ist und nicht nur Physiker, hat er eben diesen philosophischen Ansatz in die Waagschale geworfen und hat gesagt, Leute, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Foto seht von irgendwas und jemand sagt, das ist das und das, dann überlegt doch vorher mal. Oder lest euch in das Thema ein bisschen ein, damit ihr auch selber das beurteilen könnt, was das ist. Und nicht auf eine Wurstscheibe reinfällt. Ach ja, ich fand den Witz jetzt auch nicht so toll. Aber ich habe hinterher verstanden, was er damit sagen wollte. Und er hat das ja auch bestätigt mit diesem Tweet. Er hat sich dann hinterher entschuldigt, damit die Bogen wieder geglättet sind. Aber er hat eigentlich genau das erreicht, was er erreichen wollte. Nämlich eine Diskussion bezüglich der Interpretation von Fotos. Und da ist ein Laie, der sich mit diesem Thema nicht intensiv beschäftigt, tatsächlich auf solche Fotos reinfallen kann. Auf eine Wurstscheibe. Und das ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, auch eine Riesenspreizung. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Fotos, die teilweise gepostet werden, die dann noch mit Photoshop nachbearbeitet sind. Er hat sich vielleicht auch absichtlich nicht die Mühe gemacht, also das in irgendeiner Form noch ein bisschen nachzubearbeiten, sondern er wollte einfach sagen, pass mal auf, Leute. Das Ganze ist, ihr müsst selber denken. Also wenn es um solche Fotos geht. Und euch ein bisschen einlesen und so weiter und so fort. Aber gut, in der momentanen Phase mit dem James Webb, also meine Fotos, die ihr jetzt zum Beispiel vom James Webb seht, die sind alle von mir auch verifiziert. Also nicht nur von der NASA, sondern man guckt sich das an und sagt, okay, das ist also das Spektrum, was das James Webb kann. Das ist die Anpassung an das sichtbare Licht, damit es also so ein bisschen bunter ist und nicht bloß rot. Das heißt, da werden dann verschiedene Wellenlängen umgerechnet in den sichtbaren Bereich. Also die Fotos, die wir sehen vom James Webb, also die nicht rot sind, also wo nicht alles rot ist. Das ist eben dann die Interpretation dementsprechend der Anpassung an die Sichtbarkeit. Und ja, das ist auch nicht so original. Muss man auch sagen. Also natürlich ist es alles Interpretation. Und er will darauf hinweisen, dass das, was teilweise an Fotos existiert, nicht genau das ist, was man sieht. Wer schon mal durch ein Teleskop geguckt hat zum Beispiel und jetzt, wenn man mal Orion anschaut, der sieht dann nicht so viel, weil das Licht, was jetzt von diesen Nebeln dann dementsprechend ins Teleskop kommt, ein bisschen wenig ist. Da muss man länger belichten. Da muss man zum Beispiel Langzeitbelichtung machen, Astrophotografie teilweise ein paar Stunden nachführen und dann dementsprechend ein Foto machen und dann schaut das super toll aus. Aber wenn man in den Himmel guckt, hat man ja immer nur das Licht, was jetzt momentan auf der Linse ankommt, also im Auge. Das ist auch so eine Missinterpretation. Manche kaufen sich ein Teleskop und meinen, das sieht alles da draußen so aus. Nein, da muss man Langzeitbelichtung machen, verschiedene Bilder übereinanderlegen. Also das ist etwas, über das muss man tatsächlich nachdenken. Und da hat der Etienne auch bei mir einen Nerv getroffen, dass ich auch, was jetzt zum Beispiel die Kommunikation angeht, vielleicht ein bisschen anders vorgehen muss. Weil ich nämlich, und das ist ja mein Problem mittlerweile durch fast sechs Jahre, in denen ich das mache, natürlich auch betriebsblind geworden bin. Das heißt also, ich sehe da ein Foto und dann mache ich ein Video und dann mache ich auch noch einen Witz drüber und denke, es ist lustig, wie zum Beispiel bei der Sphäre gestern. Und hinterher stelle ich dann fest, ja, die meisten verstehen es gar nicht, meinen Witz. Okay, dann muss man vielleicht auch generell als YouTuber darüber nachdenken, was man kommuniziert. Weil diese Wurstscheibe, das war jetzt eigentlich schon wieder für ein Video gedacht, wo man sagt, das ist Proxima Centauri und so weiter und so fort und dementsprechend auch mit so einem Titel. Also muss ich selber auch lernen. Und der Etienne hat mir gezeigt, was das Richtige ist, wie man das machen muss. Nicht jeder versteht einen Witz und nicht jeder ist in der Lage, einen Witz zu verstehen. Und er hat das wirklich toll gemacht. Und darum bin ich dem Etienne auch dankbar, dass er das überhaupt getweetet hat. Und an alle jetzt, die zum Beispiel diesen Shitstorm auch auslösen. Weil einer hat ja, wie gesagt, geschrieben, ja, hast du nichts zu tun, hast du keine Zeit, oder hast du Zeit, um so einen Blödsinn zu machen, um auch was Vernünftiges. Und da denke ich mir oft, Leute, wenn ihr zu bestimmten Tageszeiten auf YouTube oder auf Twitter oder sonst irgendwas unterwegs seid und die Zeit habt, sowas zu twittern, dann müsst ihr euch selber auch mal überlegen, ob die Zeit nicht sinnvoller eingesetzt wird. Denn andere zu kritisieren, dass sie die Zeit verschwenden, während man selber die Zeit verschwendet, indem man überhaupt auf sowas reagiert, das ist halt auch ein bisschen fragwürdig. Aber gut, wir müssen alle was lernen. Und ich denke, Etienne hat es geschafft, in gewisser Weise hier ein bisschen nachzuhelfen, was das Thema angeht. So mein Lieber, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So mein Lieber, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.